Hallo und herzlich willkommen bei Bad Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf Diagnachten-Ticket und heute habe ich das Spiel Mesh Arena. Viel Spaß! Und da sind wir schon wieder. So, ich werde mal wieder meine Dailies machen, so wie immer. Ich gebe bei Mesh Arena normalerweise ganz schnell die Dailies fertig zu kriegen. Eine freie Box. Das ist auch schon eine Quest, wenn ich so eine Box öffne. Oder? Ja, da. Da, 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 da. Fuh, die eine Quest sei heute, aber sehr lange. Oh, heute ist PVP Pause. Heute ist Montag. Montags ist immer der Ruhetag bei PVV. ansonsten kann man da dienstag bis sonntag immer pvp spielen und dieses gewehr habe ich nicht und da ist auch nicht die daily das ist eine andere quest we 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 Wee. ist immer das gleiche dann immer jetzt auch den hier erstmal warten das schilder kann man nicht durchschießen und es macht einen langsamer das ursache zwar kein schaden aber wenn drin ist und leute stehen davor dann ist man schnell schauen jetzt kommt man scharfschütze dran das schieße noch geht doch Haha So und gehen wir jetzt mal rechts hoch Okay, nehmen wir jetzt mal den Heiler dran Schiss auch dahin Hey, ihr braucht Heilung Wahrscheinlich nur ein einziger zu leben Sieg, alle nächstes Oh, ich bin der drittbeste Also das sind die MVPs, die besten Spieler Ich war der drittbeste Spieler Zwei Queste abgeschlossen, schön Zurück zum Hangar Dann werde ich erstmal das hier aufmachen Öffnen Die Queste abholen, die zwei Stück Drei Stück, eine mehr geworden Jetzt muss ich nochmal ein Spiel gewinnen Dann müsste ich eigentlich alle Dailies schon fertig haben Natürlich kann man dann noch weiterspielen Bis man da keine Punkte mehr hat Schon wieder diese Runde Oh, ich fahre wieder mit denen Oh, jetzt bin ich aber auf der anderen Seite Jetzt ein paar Ich danke dir Ja Ja Ich danke dir Das ist ja Ich danke dir Dubbel Ich sage dir Ich danke dir Für mich Ich habe Ich glaube, ich brauche Ich bin Ich bin Ich bin Ich möchte Ich glaube, ich glaube, ich bin Okay, ganz schön. Ja, so geht es los. Ok Perfekt! Okay, kann ich drüber schießen, das ist gut. Boah, halbes Leben abgezogen. Nice! Ha, ha, ha! Majestad Ninja! Jawoll! Es läuft hier gerade wie am Schnürchen hier. Ein bisschen Faust und schieße ich oben gegen, das ist nicht so gut. Es sind nur noch zwei Leute vorhanden. Einmal abfallen die Aketen. Warte, bis ich in meine Ecke bin. Ha, ha, ha! Perfekt! Ich war der beste Spieler mit ganz, ganz vielen Trophäen. Jo, das müssen, glaube ich, schon alle Dailies gewesen sein. Ach, ne. Jetzt müssen wir einmal 2000 ausgehen. Also sprich, ich muss etwas aufwerten. Die Waffe ist auf Level 7 schon, das ist das höchste. Danach geht's, bekommt man eine Stellung, geht's wieder von 1 los. Aber ich habe nur noch 22 A Münzen sind das, genau. Na, die nächste Quest fertig. Und ich brauche wirklich nur noch 70 Blaupausen. Was waren 70 Blaupausen? Ich glaube, das waren diese... Solche Karten waren das, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber vielleicht kriegt die ja hier durch. Was war das? 5000 Geld? Oh, okay. Der ist noch auf 2. Ich vermessere den noch auf 7. Jetzt habe ich auch kein Geld mehr, okay. Okay. Gut. Hier kriege ich jetzt die Blaupausen. Blaupausen, wie hießen die? Blaupausen, genau. Ich glaube, da muss ich doch noch einmal kämpfen. Aber sonst, hat man ja gesehen, in 2 Spielzügen hast du eigentlich die ganzen... Teile ist��겠습니다. Da ist ja nur vorbei... Da wird das Geld auf jeden Fall gefertigt, której wir ant MIDn 5000 Ausdorfasia nehmen. Oh. Ja wurde das. Warte, das habe ich nicht allein gedacht. Doppelkauer. So, dann nehme ich jetzt den hier. Schnell nachladen. Mit dem habe ich nicht so viel Schuss. Man kann auch seine Mechs mit anderen Waffen kombinieren. Ich bin lieber ein bisschen weiter in den Decken gegangen. Naja. Ah, ein Schuss fehlt noch. Los, schieß ihn ab da hinten. Nachladen. Ah, ah. We're losing the lead. Ah, ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Und ich habe einen Schuss. Ach, Raketen. Es gibt nur noch zwei. Um schnell die anderen erobern... und der ist so langsam. Woher wusste ich das? Ach, das verlieren wir. Gehen wir als erstes die 100 voll. Ach je... ich bin noch nicht mehr dabei... Schweinerei... Einen Erfolg für den T-Shot... schön... Insgesamt bin ich in Liga Phase 6. Achso, von letztem mal noch nicht abgeholt. Meister... Letzt mal war ich noch Großmeister. Ja, das waren die Karten. Gut. Also ich brauche nur noch eigentlich eine Truhe aufmachen. Und dann habe ich meine letzte Daily auffällig. Töte 6 mich auf 70 Meter entfernen. Oder mehr. Ach, die Runde mag ich nicht. Ne, 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 ne. Ich benutze immer am Anfang hier den Raketemann. Weil da ist noch ein Anfang... Rakete... Naja... Äh... meinem Bot mit Raketen. Du kannst ja mal selbst einstellen, welche Rakete welcher Bot haben soll. Ja... Ja. 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 Schnell ich da. Wie? Perfekt. Ich habe keine Lebensenergie mehr. Nur noch 430. Okay, ich mache jetzt den hier. Nachla. 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 Oh, okay. Müsst auch dahinten. Es gibt nur noch drei Gegner, ist gut. Es gibt nur einen Moment, unter dem Radar. Oh, da bin ich wieder. Ruhiger Pilot. Jawohl, sogar zwei Truhen. Dann kriege ich bestimmt diese Karten. Diese Karten brauche ich. Und das müsste schon passen eigentlich. System hat gepasst. Perfekt. Gut, dann das abholen. Noch diese Truhe abholen als Belohnung. Weil ich alle sieben Dailys gemacht habe. Und das war eigentlich schon die Daily. Mal könnte man noch PvP spielen. Aber heute ist Montag. Heute ist kein PvP. Deswegen war es ja schon. Für heute sage ich Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Oh, jetzt ist es abgestürzt. Dann, tschüss.